hallo ihr lieben und herzlich willkommen zu einem neuen video von mir ja ich bin noch nicht ganz fit ich bin jetzt ungefähr eine woche krank mir hat ein bisschen die letzten tage meine stimme gefehlt das ist noch nicht ganz so gut deswegen rede ich eventuell heute ein bisschen leise vielleicht auch ein bisschen heiser ich guck mal ob es klappt okay timi randalliert auch im hintergrund wie wir das kennen kleine randalliere und ich dachte bevor ich jetzt mit dem paint Whitney anfangen oder so mache ich heute mal was einfaches wir machen nämlich ein kidding up und zwar von dem wunderschönen sanctuary und ja ich denke das sollte ich hinbekommen ich mache immer bestimmt ein bisschen pause zwischendrin aber ich dachte ich nehme euch mal mit und werde euch ein bisschen was dazu erzählen warum dieses bild bei mir ist und ja was in letzter zeit bei mir los war warum es ein bisschen weniger videos gab ja also wir holen erstmal alles hier raus ich habe ja auch schon einen koffer bereitgelegt den wir zum einsortieren nehmen werden und ja das bild holen wir auch noch mal raus das unboxing kam ja jetzt die tage erst online zu dem bild und ich freue mich schon tierisch auf den ersten september wenn ich endlich bei drills & chills 2022 an diesen schönen bild anfangen kann es ist eins von zwei bildern die ich auf jeden fall machen möchte und dadurch dass es eine wunderschöne landschaft ist die ein bisschen so an den herbst erinnert habe ich mir gedacht fange ich mit dem bild an ja weil das zweite wird ein richtiges halloween bild das ist auch gott ich also ich das alleine wenn ich das jetzt nur ausbreite dann hätte ich schon so muss direkt anzufangen aber ich bin brav und wir warten natürlich ab müssen unsere steinchen die werden wir jetzt gleich auspacken wir haben auch noch mal unseren zettel der kommt dann nämlich in mein diamond painting log buch ein welches ich von der heidi habe es war ja ein geburtstagsgeschenk und ich finde das so so schön ja ich muss sagen es ist gerade auch abend zeit timi kriegt jetzt gleich futter und ich glaube das werde ich jetzt vorziehen ich mache ich noch mal einen ganz kurzen take und für timi ist jetzt abgefüttert ich habe den jetzt vorgegeben habe jetzt auch gewartet bis sie aufgefordert hat nicht dass man noch eine schmerzende katze im hintergrund haben er liegt jetzt auf meinem sofa und schläft und wir schauen jetzt hier mal rein ich brauche meine schere noch die hole ich mal noch ganz schnell die habe ich und ich hole euch noch ein bisschen runter vorher machen wir aber hier noch mal kurz lernen und holen uns die steinchen raus wir haben im übrigen 47 farben inklusive vier ab farben und was wir dann noch machen es kam die frage bei dem unboxing wo hier auf dem bild die ab farben sind da gucken wir dann noch mal nach und schauen uns die leinwand in dem dem fall dann noch mal bisschen genauer an aber erst mal machen wir in ruhe unser kidding ab wir haben alles wichtige da unsere labels unsere steinchen eine schere und natürlich hier unser koffer in dem koffer ist noch das ganze zeug drin was laut hersteller alles mitgekommen ist das wollen wir aber noch mal mit raus brauchen wir jetzt in dem fall nicht alles was man noch mitnehmen sind die sticker bösen die könnten eventuell gebrauchen falls wir ja ein oder zwei döschen für eine farbe mehr nehmen denn wir haben ja nur 47 farben und insgesamt 60 döschen das heißt wir haben noch 13 döschen die mir einfach mit steinchen noch mit auffüllen können genau das werde ich machen was allerdings doch noch fehlt und nicht mehr es noch anholen wird werde ist nämlich meinen tisch nur einmal für mein höhl und den habe ich auch schon hier da ist auch schon ein bisschen was drin nehme ich immer für style mit painting der ist echt super den gab es mal ganz günstig beim teddy club für drei euro oder so finde ich echt toll und mit farben ihr wisst stehe ich total drauf und das schieben mal ein bisschen jetzt hier hinter und ich würde sagen wir fangen mal direkt an gucken mal ein bisschen wir fangen erst mal mit den strengen an die farben sind und kleineren fangen wir fangen mit dem wir fangen mit dem klein an ihr seht ich bin noch ein bisschen verwirrt aber darf ich sein ich habe euch runter und los geht es mit unserem kidding ab ja ihr wisst ja ich liebe so kidding ab sachen und es macht mir mega viel freude und ich dachte mir hey ich kann ja meine bilder für tools und chills schon mal vorbereiten denn das anfangen darf ich noch nicht aber vorbereiten da weiß ich ja da habe ich noch nicht gesehen dass man das nicht dürfte und darum ja machen wir jetzt unsere klinge ab zu diesem wunderschönen bild ich freue mich sehr darüber denn ich hatte euch ja erzählt dieses bild war ein geschenk und ich würde es mir jetzt nicht so spannend machen warum sind denn überhaupt in letzter zeit so wenig videos gekommen kann ich euch sagen jule ist verliebt ich habe wieder einen freund und von ihm ist auch dieses bild und ja deswegen ist es für mich ein ganz besonderes projekt und hat auch ein bild was für mich ja sehr viel wert hat ich freue mich drauf ich freue mich richtig 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 drauf denn welche frau kann schon behaupten vom partner ein diamond painting geschenkt zu bekommen ich kenne ganz viele leute ja bei denen das hobby nicht ganz so akzeptiert wird oder eher belächelt wird und ich muss sagen ich habe einen ganz lieben mann gefunden der mich total unterstützt und auch mein hobby des diamond painting und youtube akzeptiert was mich wirklich sehr freut weil das ist natürlich wichtig ich habe mir immer gesagt ich möchte mich für einen partner nie ändern oder verbiegen müssen ich möchte auch da kein hobby aufgeben es gibt bei mir so gewisse sachen die sind einfach für mich wichtig wenn ich mir gesagt habe wenn ich mit partnerschaft mal wieder eingehe das und das müsste stimmen und an allererster stelle steht natürlich dass man mein timi akzeptiert ja das muss ich wirklich sagen große liebe also auch timi mag ihn absolut sehr timi geht mit ihm um so wie er mit mir umgeht also da ist ein riesengroßes vertrauen da was ich richtig toll finde und ja was war noch wichtig ja natürlich dass man mich akzeptiert so wie ich bin und auch meine hobbys akzeptiert die ich habe zum beispiel das diamond painting youtube ja und genau das tut er und ich ja also ich bin einfach ich bin glücklich ich weiß gar nicht ja ich freue mich auf jeden fall wirklich sehr dass ich nicht mehr alleine bin und deswegen gab es auch in letzter zeit ein bisschen weniger videos weil mir natürlich auch gerade jetzt so die erste zeit viel wichtiger ist als jetzt irgendwie vier videos oder drei videos in der woche rauszubringen ja also es ist gerade ist gerade eine wunderschöne zeit zum genießen so und jetzt bin ich so verwirrt welche farbe war das jetzt die 340 ja die 340 ja also ihr merkt ich bin noch ein bisschen planlos noch ein bisschen kopflos ich bin ja einfach nur happy und mein hirn ist auch ein bisschen wie ein sieb zur zeit aber einfach aus dem grund ja ich bin krank und ich bin aber auch aufgeregt für mich ist noch alles so viel neu und ungewohnt ich war sieben jahre lang allein einfach weil ich mir gesagt habe wenn ich einen partner wenn ich noch meine partnerschaft eingehe dann muss es einfach passen ich brauche jetzt nicht einen partner nur weil ich nicht alleine sein will nein also ist das muss dann für mich auch einfach der partner sein und ich glaube genau den habe ich jetzt gefunden und ich bin happy also wenn man mich fragt kann ich wirklich sagen ich habe meinen seelen gefährden gefunden auf den ich eigentlich so lange gewartet habe und ja wenn ihr mich sehen könntet ich grinse von einer vom einen ohr zum anderen mir geht's gut bis auf die tatsache dass ich gerade nicht ganz so fit bin aber ja vom herzen vom kopf her geht es mir einfach nur bombe und ich könnte aktuell einfach die ganze welt umarmen mir geht es gut dem geht es gut und ja ich habe einen tollen partner gefunden mit dem ich einfach nur happy bin was ich nie gedacht habe irgendwie also mindestens jetzt nicht so hätte man mich vor keine ahnung anfang des jahres gefragt ob ich mir das vorstellen kann dieses jahr wieder eine beziehung einzugehen ich hätte wahrscheinlich denjenigen ausgelacht aber ja doch genau so war es passt einfach es sind gemeinsame interessen da und da wo die interessen nicht gemeinschaftlich sind dann muss ich wirklich sagen tut man sich ergänzen und das finde ich das ist eine ganz tolle sache also das ist wichtig in partnerschaften finde ich dass man eine wirklich gemeinsame ebene hat dass man gemeinsame interessen hat und 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 aber dass man halt auch ein paar sachen hat wo man sich ergänzt und ich glaube genau das haben wir und ich glaube das macht auch sehr 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 viel aus ja das ist also und vor allen dingen was wirklich wichtig ist ich kann mit ihm so viel lachen er ist ein sehr gefühlvoller mann und das ist mir halt wichtig ich brauche einfach jemanden der sehr viel gefühl hat und sehr viel gefühle auch zeigen und geben kann und ja genau das habe ich und das berührt mich mega mäßig und ich freue mich schon wenn er wieder hier ist wir führen eine pennen beziehung aktuell irgendwann wird sich das bestimmt ändern aber wir sind jetzt noch nicht so lang zusammen da steht so was wie zusammen ziehen natürlich jetzt erstmal nicht an allererster stelle aber auf jeden fall würde ich mir wünschen wenn wir irgendwann natürlich keine fernbeziehung mehr führen weil er fehlt mir er fehlt mir jeden tag wo er nicht da ist und ich hoffe dass wir halt irgendwann einfach jeden tag zusammen verbringen können so ja was gibt es sonst noch zu erzählen ähm ja dieses schöne bild hat er mir übrigens geschenkt da waren wir noch nicht so richtig zusammen sondern das hat er mir schon bevor wir uns das erste mal getroffen haben ähm besorgt einfach aus dem Grund weil er mir dankbar war sozusagen als kleines dankeschön weil ich ihm einfach ein bisschen meiner sache ähm gut zugeredet hab ihn unterstützt hab an ihm geglaubt hab und das hat ihm anscheinend so viel Aufwind gegeben ähm dass er als kleines Dankeschön mir dieses schöne Bild von Chuck Pinson besorgt hat und ähm ja Mädels wenn man euch mal ein Diamond Painting schenkt krallt ihn euch das sind ganz ganz seltene Exemplare nein also mir geht es nicht darum äh dass er mir ein Bild geschenkt hat ähm das ist eine schöne kleine Nebensache ähm für mich ist es etwas ganz besonderes weil es einfach ein Bild mit sehr viel Bedeutung dadurch für mich ist und das wisst ihr ja auch ähm die Bilder zum Beispiel die mir geschenkt werden die werde ich auf jeden Fall alle painting ihr wisst viele Bilder landen bei mir erstmal im Slash aber gerade alles was Geschenke sind sind halt nochmal ganz besondere Sachen und ähm die haben natürlich immer Vorrang für irgendwelchen anderen Sachen ist einfach so weil es ist wirklich was ja für mich dann ganz besonderes haben wir jetzt eigentlich die 606 oder die ja die 606 ja ne und äh dieses Bild hat für mich einfach mega viel Bedeutung ähm aber worum ich diesen Mann einfach haben musste einfach weil er ist wie er ist und für mich ähm ja der passende Deckel für mich ist was auch immer ich für ein Gefäß bin das ist ja jeden Tag ein bisschen anders mal bin ich ein Bock mal bin ich eine Auflaufform oder eine Kloschüssel ich weiß es nicht ähm ich bin da ja ne ähm ich hab immer gedacht für mich gibt's nicht den den perfekten Partner aber ähm ich glaub jetzt hab ich ihn gefunden und ich bin happy also und ich kann es eigentlich auch nur jeden wünschen dass dass er auch sein Gegenstück findet so gefunden haben wir uns online übrigens über eine App ich hatte ja mal erzählt dass ich eigentlich beim Speed Dating mitmachen wollte ähm dieses Speed Dating wurde aber schon viermal abgesagt und verschoben und hin und her und zu Pfingsten in meinem Urlaub habe ich mir einfach mal den Spaß gemacht und habe gesagt hey ich melde mich nochmal bei so einer Dating App an ähm und zwar wirklich nur für die dreieinhalb Wochen wo ich ähm Urlaub hab weil so im Alltag ist mir das muss ich ganz ehrlich sagen zu stressig da wäre das glaub einfach nix für mich aber mein Gott im Urlaub ich war ja die meiste Zeit draußen im Garten hab ich gedacht gut probier's das mal ein bisschen und ja da war er dann einfach und das wir haben auch relativ schnell viel miteinander geschrieben und ja die App die gab's dann schon schnell nicht mehr auf meinem Handy und ja nach zwei Monaten hatten wir uns dann getroffen und dann war's soweit ne ein Date wir sind zusammengekommen wir sind glücklich und ja ich hoffe wir sind auch noch ganz ganz lange Zeit glücklich zusammen ähm das war für mich so ich habe jetzt nicht hinderringt nach meinem Partner gesucht ich habe einfach mir gedacht hey komm probier's einfach nochmal einfach nur so aus vielleicht war's genau unsere Zeit und es hat geklappt ich hatte ähm lasst mich überlegen ich glaube es war so 2018 rum meine Zeit da habe ich ganz viel solche Apps verwendet und mich auch mit Leuten getroffen und habe da wirklich die ja nicht so schöne Erfahrungen gemacht ähm da trifft man sich wirklich mit Leuten die ja da fragt man sich wirklich so nach dem Motto äh nein 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 ähm die einem die lustigsten Geschichten erzählen ne oder man hat zum Beispiel ein Profil da hat man einen dünnen Menschen mit ganz vielen oder mit dichten Haar und kein Bart und dünn öffentliche Figur und dann trifft man sich und wartet und wartet und wartet und äh dieser Mensch auf dem Bild der ist nirgends wo zu finden und dann will man gehen und dann wird man von der Seite von jemanden angesprochen und ja dann sagt er ja bist du mein Dät und da guckt man und denkst so ähm mit dir habe ich aber nicht geschrieben dann war das einmal wirklich einer gewesen ähm der hat halt einfach so uralte Bilder von sich genommen dass ich ihn eigentlich gar nicht mehr erkannt habe ne also auf den Bildern hatte er noch volle Haare ähm als er dann vor mir stand hatte er eine Halbklaze dafür äh äh aus dem klappen Gesicht äh äh wurde ein Vollbart und die Figur war auch keine normale Figur ne nein er war halt dann doch ein bisschen stattlicher und das ist ja auch nichts Schlimmes aber ähm wenn ein Mann auf so einer Plattform ist also nicht bloß ein Mann Frauen sollten das genauso machen man sollte einfach aktuelle Bilder nehmen weil man macht sich ja trotzdem äh ein bisschen ein Bild von seinem Gegenüber mit dem man zusammen schreibt ähm und ich finde das ist dann doch schon ein bisschen sowas wie ein Vorgeplänkel oder ja nicht ganz die Wahrheit sagen ähm ähm wenn man einfach alte Bilder nimmt ne und das nicht mal äh aufklärt ich finde Ehrlichkeit ist da in der Hinsicht einfach wichtig ja und deswegen hatte ich das eigentlich auch bloß ein bisschen nicht ganz sehr ernst genommen also ich mich da in der App angemeldet habe und ja dass ich dann recht schnell jemanden gefunden habe mit dem ich wirklich super schreiben konnte ähm und und dann haben wir uns getroffen und es hat einfach gepasst ähm das hat mich dann doch schon ein bisschen verwundert ähm muss ich sagen hatte ich wirklich wirklich Glück gehabt ähm und vor allen Dingen hätte ich eigentlich nie gedacht dass ich über so eine App so einen gefühlvollen lieben Mann finde ähm ja und ich muss euch sagen ich bin glücklich ich bin Hippie und ja ich habe einfach aktuell mehr Lust auch einfach mal gemütlich auf dem Sofa zu liegen oder die Zeit mit ihm zu genießen als natürlich viele Videos zu drehen ich mache das immer noch sehr gerne und ich werde das auch weiterhin machen ähm aber ja ich habe wieder ähm wie soll ich sagen ähm ähm außer arbeiten bei im Painting habe ich wieder was wunderschönes im Leben nämlich einen Mann einen Menschen mit dem ich ähm ähm ja meine Erlebnisse und mein Glück teilen kann und das genieße ich und ja und freue mich einfach drüber ähm wundert euch nicht wenn ich heute ein bisschen verquer rede ich bin immer noch nicht wirklich fit ich bin auch noch nicht gesund ich denke ein paar Tage muss ich noch warten ähm aber mich hat es jetzt auch nicht so schlimm erwischt deswegen alles gut aber ja gerade Konzentration ist echt etwas schwierig ich muss jetzt auch noch mal eine kurze Pause machen denn ja ich habe meine Steinchen verschüttet ja lange nicht mehr passiert ich könnte ja auch meinen äh Trichter holen wenn ich wüsste wo ich ihn hingetan habe meinen roten ähm ne aber mir geht langsam ein bisschen die Kraft zu sprechen zurück ähm mein Hals ist immer noch ein bisschen belegt und ja meine Stimme auch daher ähm bin ich heute auch ein bisschen leise eventuell so und ich hoffe eigentlich oh da habe ich jetzt gar nicht so drauf geachtet ob ich meine Nase hoch ziehe ich mag das ja eigentlich oder ich mag das nicht ähm ich hoffe ich habe das jetzt nicht getan da muss ich einfach mal ähm mal reinhören ob ich das gemacht habe im Video wäre eigentlich mal interessant ich mache jetzt hier noch das eine Tütchen und dann machen wir mal eine kurze Pause dann haben wir immerhin schon mal 20 Farben von 47 weggepackt und unsere AB Farben haben wir schon alle ach das ist auch eine schöne Farbe so guckt es euch mal an so schön ist die 2 die kommt ähm im See drin vor das ist nämlich das Abendrot was sich im See spiegelt so die 3860 haben wir hier und dann haben wir erstmal die Tütchen mit den wenigeren Steinen schon mal fertig so und ich verschütte weiter hin steinchen einfach weil ich es heute kann aber diesmal waren es nur 2 so wie es scheint ich bin heute aber auch ein Held ja ich bin ein kleiner Schüssel und das muss ich euch sagen ich finde es toll dass ich ihn angefunden habe der meine ja Schusselligkeit kann man das nennen ähm ja der mag und ähm das ist schon mal ganz ganz wichtig weil ich glaube ähm das muss man mögen wenn nicht dann hat man hat man es bei mir ein bisschen schwierig gut ich mache eine kleine Pause wir machen einen kurzen Schnitt im Video und dann geht es direkt weiter und weiter geht's ich hatte jetzt mal reingehört in das was ich vorhin ähm abgedreht habe ob ich meine Nase hochgezogen habe mir ist jetzt erstmal so nichts aufgefallen außer dass ich vielleicht ein bisschen viel rumgestammelt habe aber darf ich ähm ja also ich würde sagen wir machen mal weiter nehmen uns mal den nächsten Strang vor und schauen mal wie weit wir kommen ich mache dann auch noch ein kleines Zeitraffer weil ich werde heute nicht mehr allzu viel reden können habe ich so ein bisschen das Gefühl aber das ist jetzt auch nicht so schlimm äh es muss ja nicht jedes Video immer anderthalb Stunden gehen wenn wir heute so auf eine halbe, dreiviertel Stunde kommen bin ich sehr froh wenn ich das durchhalte ansonsten mache ich einfach eine Pause und mache morgen weiter oder die Tage es rennt ja jetzt nicht weg ähm ich hatte mich jetzt noch ein bisschen mit Timmy aufs Sofa gelegt und habe mich ein bisschen ausgeruht hatte mir noch einen Tee gemacht das hilft mir noch ganz gut ähm und im Übrigen wenn ihr Halskratzen habt ähm da gibt es von Dolodok und Dan so richtig tolle ähm Blutschpastillen die machen den Hals so ein bisschen taub die finde ich richtig richtig gut na äh Achtung Spoiler Werbung ja ähm aber die finde ich wirklich richtig Hammer also den nutze ich wirklich sehr gern und ja da habe ich mir jetzt auch noch einbegönnt Problem ist ich schmecke gerade nichts und ich hoffe dass es das kommt bald wieder ich finde das total verwirrend wenn ich nichts schmecke und wenn ich nichts rieche äh ja das einzige Gute ist wenn ich nichts rieche ähm wenn ich das Katzenklau sauber mache stürze mich nicht so jetzt haben wir hier die 815 da werden wir bestimmt zwei Döschen brauchen nehme ich mal schon mal eins raus ähm 815 und ist ein relativ gut gefülltes Tütchen da kann man ja schon mal hier ein bisschen Platz machen so und dann werde ich ein Label brauchen ja da was und einen Stift einen Stift habe ich mir auch noch angeholt den hatte ich nämlich vorhin vergessen ja das kriegt man nicht ganz rein aber zwei Döschen reichen da aus hopps da ist noch ein bisschen was ich frag mich echt wo ich meinen Trichter hingetan habe ich werde echt ich werde einfach mal aufräumen müssen ganz ganz wichtig ähm aber das habe ich so und so vor einfach mal weiter ausmisten das was ich im März angefangen habe und dann einfach ja aufgehört habe ähm ich hätte da einfach dran bleiben sollen aber das machen wir dann mal demnächst wenn ich wieder fit bin solange ich nicht fit bin hat das so und so keinen Sinn irgendwas äh anzufangen oder zu planen aktuell ist es wirklich so ich mache einen Handgriff ein paar Minuten lang und dann bin ich einfach nur fertig und geblättet ja also ich mache 5 Minuten irgendwas und wenn es bloß mal kurz irgendwas abwaschen ist oder was wegräumen und dann muss ich mich wieder ein, zwei Stunden aufs Sofa legen weil ich einfach nur platt bin hm ich hoffe das wird dann ganz schnell wieder das muss meinetwegen nicht nicht lange so andauern ähm ja und ich bin froh wenn ich wieder arbeiten kann weil wenn man die ganze Zeit hier zu Hause ist fällt einem dann doch irgendwann die Decke auf den Kopf auch wenn es schön ist wenn man mit Timi ein bisschen kuscheln kann aber und sobald ich wieder kann freue ich mich wieder auf Arbeit ja was halt auch das Schöne ist aber dass ich zum Beispiel nur leicht erhöhte Temperatur habe und kein starkes Fieber da bin ich ähm sehr glücklich drüber weil starkes Fieber ist einfach hm hab ich schon ein paar mal im Leben gehabt das ist nicht so schön das ist dann doch eher uncool so yay und da hat sie wieder ihre Steinchen verschüttet zum Glück wieder nur ein paar ja ja es wird Zeit dass ich mir meinen Trichter raus suche weil so ein Trichter ist wirklich sehr sehr praktisch sage ich euch also ne wenn ihr so ein bisschen schulderlich seid wie ich schaut einfach mal ob ihr einen ordentlichen Trichter findet das hilft wirklich Wunder so die 3854 ähm ja jetzt habe ich ein Problem 3854 und 3855 eben ich glaube das ist die 3854 was ich hier habe also 55 ja da habe ich jetzt vor lauter Quasseln glaube nicht richtig aufgepasst ich werde das jetzt einfach so machen ich stelle die zwei Sachen mal zur Seite und hoffe dass sich das dann aufklärt was ich jetzt hier gerade durcheinander gebracht habe willkommen im julechaos also mindestens in meinem chaos im Kopf ähm ja kann ich wirklich richtig richtig gut es wird auch schon langsam dunkel übrigens das ist jetzt so ein bisschen schade mittlerweile ne wir haben es jetzt ja schon fast Ende August in vielen Bundesländern hat die Schule schon wieder angefangen oder fängt demnächst die Schule wieder an aber hm was ich halt ein bisschen schade finde ist vor allen Dingen dass die Tage wieder kurzer werden ich liebe es ja diese schönen langen hellen Tage die Sommertage und man merkt jetzt schon dass es halt vor allen Dingen auch nachts schon wieder sehr sehr frisch wird ähm ja und dass die Tage kürzer werden ne es wird abends schneller dunkel ja das ist so ein bisschen da bin ich immer ein bisschen wehleidig ne dass man so langsam merkt okay der Sommer neigt sich langsam dem Ende hinzu ich bin halt voll das Sommerkind ähm ähm aber wenn jetzt der Sommer nicht vorbeigehen würde ähm würde das schöne äh chills chills event nicht kommen und dafür tun wir jetzt Bilder vorbereiten und deswegen ein wunderschönes Herbstbild aber auch der Herbst kann natürlich wunderschön sein und ich hoffe wir werden dieses Jahr einen genauso schönen Herbst haben wie wir einen schönen Sommer hatten na der Sommer dieses Jahr war ja wirklich bombastisch muss man mal wirklich sagen ne letztes Jahr ist ja der Sommer so bisschen ziemlich ins Wasser gefallen wir hatten im Garten hatten wir letztes Jahr ja Hochwasser gehabt ähm es war letztes Jahr eben August schon nicht so tolles Wetter und dieses Jahr haben wir ja wirklich ähm so einen richtigen Traumsommer gehabt für viele war es auch schon viel zu warm für mich war es genau richtig ihr wisst ich liebe es warm ich liebe es gemütlich ähm und ansonsten friere ich eigentlich immer nur die ganze Zeit also ich bin so ein Mensch mit Temperaturen über 30 Grad komme ich bestens zurecht ähm aber mir ist auch klar dass ich da mit einer der ganz wenigen Menschen bin für die so eine Temperaturen halt ideal sind für die meisten ist es wirklich zu warm so aber dafür friere ich auch immer die ganze Zeit im Winter muss man halt auch mal sagen ne okay also ich würde sagen wir machen diesen Strang den ich mir jetzt hier noch abgeschnitten habe den machen wir noch zusammen und dann machen wir ein kurzes Zeitraffer und dann gucken wir uns die Leinwand nochmal an denn wir wollten ja unbedingt noch schauen wo wir unsere AB-Steinchen hier auf der Leinwand haben aber das kann sein dass ich das ja das mit der Leinwand das dreh ich dann erst morgen ab einfach damit wir da schönes Tagessicht haben und vor allem auch ja weiß mir sonst dann doch ein bisschen zu viel wird so okay die 3064 verdamm die haben wir hier ach ja das Bild hat übrigens runde Steine runde Steine gehen ja wirklich gut die lassen sich flotter leben das ist jetzt mein zweites DAC an was ich dann jetzt parallel mitkleben werde was auch ein Geschenk ist das Weekend in Paradise ist ja ein Brotsex Geschenk von meinen lieben Mädels gewesen und da bin ich gerade auch noch dran habe ich jetzt auch die Tage immer mal wieder ein bisschen geklebt das sieht immer in letzter Zeit ein bisschen lustig aus die erste Zeit wo ich krank war ging mitkleben gar nicht langsam geht es wieder ein bisschen allerdings ist es immer so dass ich ein paar Minuten klebe und dann wieder ja erstmal auf dem Sofa liege und dann kann ich aber wieder die ganze Zeit nicht liegen weil wenn man halt viel liegt irgendwann tut einem auch der Rücken weh und dann will ich ein bisschen sitzen sitzen geht allerdings auch nicht lang und deswegen wandere ich immer irgendwie zwischen meinem Paintingtisch und Bett und Sofa hin und her und halte es gefühlt überall nicht so lang aus ja wie gesagt ich fühle mich gerade ein bisschen zwischen den Wolken so die 915 das ist ja auch so ein schönes Bärenfade so eine schöne Bärenfarbe so ein schönes Magenda schon fast da sind noch ein paar die Steinchen sind einfach wirklich traumhaft von Diamond Art Club schöne runde Herzsteinchen Herzsteinchen in rund sind ja recht selten aber wie gesagt wenn dann wirklich was ganz ganz feines so die 3364 ne 46 so rum tun wir einfach mal die Zahlen verdrehen ja ich bin mal gespannt was jetzt so die nächste Zeit dann ein bisschen bei mir noch mit ansteht ich werde euch natürlich immer ein bisschen mit erzählen und ich hoffe ich werde jetzt in nächster Zeit auch immer wieder ein bisschen mehr erleben das heißt wenn ich dann ein Paintingtisch drehe habe ich vielleicht auch irgendwann mal ein bisschen mehr zu berichten als ja in letzter Zeit weil ja viel erlebt habe ich die letzten Monate nicht was ja jetzt auch nicht schlimm ist ne aber ich muss sagen ähm was ich jetzt die letzten Wochen erlebt habe war für mich schon was ganz 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 tolles bevor ich krank geworden bin ähm waren wir zum Beispiel auch Sterne, Sternschnuppen schauen da wollte ich eigentlich auch Fotos machen weil das hatte ich schon mal gemacht das ist ja immer im August jedes Jahr ähm gibt es immer so ein paar Tage wo ganz viele Sternschnuppen da sind und das wollten wir dieses Jahr auch machen und dann haben wir uns ein schönes Plätzchen gesucht haben wir uns was zu trinken mitgenommen eine Decke und noch ein Kissen ich hatte mir sogar meinen Wintermantel angezogen weil es ja doch schon recht frisch war zu dem Zeitpunkt und hm Ende vom Lied war dass an dem Tag dann ähm schon Sternschnuppen da waren aber man hat nicht so viele Sternschnuppen diesmal gesehen wenn man zum selben Zeitpunkt auch einen Vollmond hatte und dadurch war ja alles ein bisschen heller deswegen hat man ein bisschen weniger Sternschnuppen gesehen ähm gesehen habe ich ein paar ich habe mir auch was gewünscht allerdings sind aktuell all meine Wünsche schon in Erfüllung gegangen ja ja ich habe es euch ja vorhin erzählt und ähm ja Fotos konnte ich leider keine machen weil um Sternschnuppen zu fotografieren muss man einfach ein bisschen ja da braucht man schon ein bisschen mehr ich habe glaube an dem einen Abend wo dann die meisten Sternschnuppen da sein sollten ich weiß nicht wie viel hatte ich gesehen vielleicht drei oder vier Stück insgesamt und das aber wirklich auch über einen längeren Zeitraum und ja das ist dann zum Fotografieren ein bisschen schlecht gewesen aber das ist nicht schlimm wir hatten trotzdem einen wunderschönen Abend und es war für mich ein ganz ganz äh ein ganz ganz besonderer Tag ja wenn auch ein bisschen frisch zu dem Zeitpunkt okay aber das war einer der kühleren Abende gewesen und jetzt sind wir hier unsere letzte Farbe angekommen dann würde ich sagen starte ich jetzt mal das Zeitraffer mit den letzten Tütchen die wir haben da könnt ihr ein bisschen sein Lidchen mit so und dann machen wir uns über die Leinwand her und schauen mal wo sich die AB Farben verstecken Ich mach es nicht gesch October Papa 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 Untertitelung. BR 2018 Jetzt habe ich in der Tat da unten schon angefangen, denn wir haben den 1. September. Ich habe nämlich vergessen, diese Sequenz noch abzuführen. Ich wollte euch ja noch zeigen, wo sich die AB-Farben hier im Bild befinden. Leider ist es schon etwas dunkel, das heißt, ich habe etwas Licht von oben und das spiegelt sich ein bisschen in unser Leinwand. Wenn das nicht da, wo die Folie drauf ist. So sieht es übrigens aus. Angepindet. Da geht es dann gleich weiter. Und ja, wir haben 4 AB-Farben und die Nummer 1. Die Nummer 1 ist eine hellere Farbe. Die haben wir... Ach nee, die 1 ist das Grün. Das Grün haben wir hier oben ein bisschen. Da seht ihr es nochmal. Dann haben wir die Nummer 2. Die Nummer 2 finden wir hier unten im See. Und da ist auch ein kleines bisschen Nummer 3 mit dabei. Die Nummer 3 ist auch hier noch ein bisschen mit dabei. Ebenso hier unten und auch hier nochmal ein bisschen mit Nummer 2. Und hier haben wir auch nochmal ein bisschen Nummer 2. Ja, also nicht zu viel AB-Farben, aber ein bisschen schön gerade hier unten im See finde ich das richtig, richtig toll. Und dann haben wir noch die Nummer 4. Und die Nummer 4 finden wir etwas behäufte hier in dem weißen Baum. Und ein bisschen hier mit dem Wasserfall finde ich auch sehr schön ausgesucht und eingesetzt. Und ich bin wie gesagt sehr gespannt, wie es aussieht, wenn die AB-Farben dann gesetzt sind. Das ist auf jeden Fall ein wunderschönes Bild. Und ich bin froh, dass wir jetzt angefangen haben. Und ja, bleibt mit dabei. Demnächst kommt dann auch das Video, was ich jetzt heute auch mit angefangen habe. Wie ich mit dem Bild anfange. Und ein bisschen paint with me und gequasselt zu Trills & Chills 2022. Ihr Lieben, ich danke euch, dass ihr mit dabei wart. Hier bei dem Kitting-Up von diesem wunderschönen Herzensbild von mir. Und ich hoffe, wir werden ein paar schöne Videos haben, die wir hier drehen können. Mit dem kleinen Kunstwerk. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir doch sehr gerne einen Daumen nach oben da. Und seid ihr neu auf meinem Kanal, dürft ihr den Kanal auch sehr gerne kostenlos abonnieren. Da verpasst ihr nichts Neues mehr hier auf Toa Fairs Welt. So, da haben wir nochmal das Bild. Und ihr seht auch schon, wie die Steinchen glitzern und funkeln. Einfach super DAT-Qualität. Ja, ich bin sehr, sehr, sehr zufrieden. Okay, ihr Lieben, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Und bis bald. Danke, dass ihr reingeschaut habt. Bye, bye. Bye. Bis zum nächsten Mal.